hallo und herzlich willkommen zurück zum minecraft jawohl ich habe gerade eine methode gesehen ja wie man die query extrem schnell und günstig antreiben kann und ich bin ganz ehrlich die kohle geht weg das werden wir jetzt machen dazu plops machen wir euch mal ganz kurz aus wir lassen euch an wir werden hier kraften ich habe hier aus der sie in den ton ein bisschen lauter gemacht das video extrem leise war genau also die query wird jetzt mit m also minecraft schule angetrieben nicht mit eu sondern minecraft schule das ist jetzt quasi eine andere einheit die du weg ich brauche nicht mehr so das wird jetzt aber teuer ja und zwar brauchen wir das redstone energy cell energy cell frame full zack liquid transponder brauchen wir dafür den müssen wir erstmal bauen und dann brauchen wir das davor brauchen wir hartes glas pulverisiertes obsidian und ein lied in get ja was so viel heißt wie wir brauchen die dinge wieder gott sei dann kann man draußen noch ein paar generatoren stehen lak plops dann knallen wir den da nämlich erstmal wieder dran und dann fangen wir mal an plops so gut euch brauche ich jetzt mal gar nicht und zwar gucken wir jetzt mal nach obsidian ja also ich habe ich habe ein video gesehen das lohnt sich den scheiß zu bauen das lohnt sich ok was wir uns als allererstes bauen ja ist jetzt was ganz was anderes das wollte ich schon die ganze zeit bauen ja ich habe es aber nur nicht hinbekommen und zwar brauchen wir dafür das ding hier den da 129 kann man nur noch wir den da wo alles access link und dafür brauchen wir den dafür brauchen wir noch mal eins von diesen dinge alles klar kriegen wir hin so dich nehmen wir raus kannst du mal das hat nicht so funktioniert hast du das gespeichert hast du zack 52 kann man hier wieder jetzt ist die frage der fragen ja stein ich habe ein paar hebel ach was drücke ich denn da schon wieder so ne funktioniert nicht machen wir euch wieder weg so schneller lassen wir euch einfach weiterlaufen denn wie ich gerade sehe ihr verbraucht gar nicht so viel kohle es kommt nur einfach weniger kohle an das ist halt das problem aber das ist jetzt nicht mein problem gerade nicht gerade ist mein problem ja eigentlich habe ich gar kein problem doch wir gehen langsam die miner minerals gehen wir langsam aus das ist ein problem aber passt schon passt schon dieses problem wird sich hoffentlich bald in luft auflösen luft uns steht da jetzt 47 waren vorher nur 41 ich glaube ich habe mehr mods drin als ich dachte die dinge braucht man wahrscheinlich die menschen da ist auch sowas dabei wie eine sommel also da macht die leute ihr wisst gar nicht was wir noch alles bauen werden nicht mal ich weiß dass hier war war ja access terminal zack 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 ich habe nicht mehr viel glas und das macht mir angst so mit dem hier können wir nichts machen no signal warum hat er kein signal weil wir das noch nicht verbunden haben so und jetzt passt auf hey wir können darauf zugreifen wir können jetzt nicht kraften aber wir können darauf zugreifen ich es müsste eigentlich ausgehen dass wir hier auch noch hier geht es auch noch können wir hier noch darauf zugreifen nein hier nicht mehr das heißt hier können wir uns dann irgendwo bei dem anderen im system wieder so eine wireless point hin bauen denn was wir ja unter dem steam unter dem link also quasi passt auf wir bräuchten dann so ein teil was wir hier unten haben so was müssten wir dann einfach keine ahnung das klemmert dann hier noch mal hier oben ins eck rein und dann haben wir weit eine größere reichweite auf unser system aber so tragen jetzt das gesamte inventar mit uns mit und es wird sogar aktualisiert und das ist geil jetzt weiß ich gerade nicht mehr so obsidian 6 7 8 9 10 wir pulverisieren mal nämlich kompressen hier haben wir mal 10 stück rein ich nehme euch mal alle und tue ich mit in dieses system hier rein und tue ich mich nicht ähh max 7 8 9 10 so rein da warum tust du nicht funktionieren pull nee pull pulverisiere Ah. Okay. Und Copper Inget. Copper. Copper. Copper Inget. Okay, dann brauchen wir Maschinenframe. Okay. Glas. Eisen. Copper. So. Bauen wir uns den Pulverisierer. Glas. Gold. Eisen. Ja, Moment. Glas. Eisen. Gold. Da haben wir dich. Dann. Feuersteine. Kolben. Kupfer. Und das? Okay. Das ist relativ leicht. Dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir davon welche. Und dann gib mir ein bisschen Holz. So. So. Ups. Da haben wir einen Kolben. zack, 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 zack. Dann brauchen wir uns die Rakete. Dann brauchen wir hier Copper. Hier den. Hier den. Und noch zwei Feuersteine. Nee. Nee. So. Zwei Feuersteine. Den. 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 Pulverisierer. So. Machen wir dich hier wieder auf. Fangen wir euch hier alle wieder rein. Jetzt ist natürlich die Frage. What the? What? Was? Okay. Kann ich dich wieder abbauen? Ohne, dass du kaputt gehst? Ah! Ja. Okay. Folgendes Problem. Okay. Was macht hier Minecraft-Schul? Machst du Minecraft-Schul? Du machst Minecraft-Schul. Das heißt, ich muss den also an euch dranhängen. Toll. Okay. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt die langsame Methode. Jetzt eine Energieleitung. Haben wir da oben noch Platz für? Nee. Glaub nicht. Egal. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz hier hin. So. Schreibt mal hier das kurz hier raus. Das brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist Holz. Hier hat das funktioniert. Alter! Jetzt! Hör doch auf! Das regt mich hier ein bisschen auf. Nein. Nein. Wie hat denn die Holzleitung funktioniert? Bin ich jetzt dumm? Wo denn? Aber das ist Advanced. Wooden Transport Pipe. Okay. Ich habe aber schon gesehen, wo der Fehler lag. Also natürlich ist das so rum. Das macht natürlich Sinn. Und dann brauchen wir noch eine andere. Und dann brauchen wir noch eine andere. Dann geben wir noch davon drei. Das machen wir hier draußen. Das ist Experimentieren, was wir jetzt hier machen. Und nichts anderes. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die drei... Ach, was mache ich da? Ob die drei eigentlich Strom produzieren können. Ja. Kein Schirr mehr. Könnt der drei Strom produzieren? Sieht nicht so aus. Ja. Gut. Das macht jetzt alles natürlich nicht einfacher für mich. Wenn ich ehrlich bin. Und zwar nicht im geringsten einfacher. Ach, das ist ja dumm. Gibt es hier nicht irgendwie... Ich dachte... Wisst ihr was? Warte. Ich gucke mal nochmal nach. Es muss doch da irgendwie eine Möglichkeit geben, ja. 21 Fakten brauche ich nicht. 2 kannst du mal da reinhauen. So. Es muss bestimmt eine Möglichkeit geben. Einen Energielink oder so. Oder... Ups. Ach nee. Nicht schon wieder. Okay. Ähm... Energie. Energie. Energieomat. Energiecounter. Energybridge. Es hört sich danach an. Energybridge. Ich gucke mal nach, was das ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dann. Du-du-du-du-du-du-du. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.